Hallo, ich bin die Pia24 aus München-Großadert und ich darf als Testkäuferin in der Münchner Innenstadt shoppen. Ich habe gerade 1000 Euro bekommen und jetzt werden sie verschoppt. Jetzt geht's in den ersten Klamottenladen. Was mir beim Shoppen unheimlich wichtig ist, ist die Auswahl in den Shops, dass man auch wirklich was auswählen kann, dann die Freundlichkeit des Personals, wie gut sie auch einen beraten, dass man nichts aufgeschwätzt bekommt, wenn man es nicht mag und auch, dass die Kabinen sauber sind, dass man sich umzieht, dass man da nicht gleich schmutzige Socken hat. Ja, das ist mir beim Shoppen wichtig. Jetzt bin ich in einem Papiermarieladen angekommen. Perfekt, das nehme ich. 1000 Euro sind jetzt verschoppt, ja, jetzt fülle ich noch die Bewertungsbögen aus und dann darf ich alles behalten. Besser geht's gar nicht. Also ich würde euch raten, bewerbt euch auf jeden Fall, weil Testkäufer sein ist wirklich super und ich würde es jederzeit wieder machen.